Achtung, eine Warnung. Das ist keine Übung. Schließen Sie Fenster, führen und bleiben Sie unbedingt auf Sendung. Es gab einen viralen Störfall, den Sektor dienen. Der Erreger ist so gefährlich, dass er uns alle töten kann. Nichts ist mörderischer. Keine solche Gnadenloser. Außer vielleicht wir selbst. Verantwortlich dafür bekennen sich die Macher von Lost. In den USA war das Virus ein Riesenerfolg. Jetzt zum ersten Mal im deutschen Free-TV. Hochansteckend und in doppelter Folgendosis. Helix. Ab 3. Februar, 22.10 Uhr auf ProSiebenMax.